Okay, habe ich jetzt wieder meine Klamotten an. Toll. Super. Ich muss mir jetzt extra wieder anziehen. Das ist fast überhaupt nicht nervig. Wo ist es? Ach da. Gut. Dann räumen wir den noch schnell aus, so als Dank. Und schauen, was da in dem Schrank ist. Mhm, 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 okay. Und dann auf nach Kanada. Wollten wir schon lange mal machen. So. Einfach mal ohne Eltern ein bisschen ins Ausland. Das heißt, wir müssen... Ja, das machen wir auch noch, aber nicht jetzt. Das heißt, wir müssen hier hinter. Und irgendwo muss ich auch noch so ein kleiner Penner versteckt halten. Ich denke ja, dass es dieser hier ist. Und ich will ganz ehrlich eigentlich... ...gar nicht dahinter. Weil der Typ war das letzte Mal schon sehr beleidigend. Der drachisch. Das ist eine sehr leidigend. Aber vielleicht sollten wir nur auf der Straße warten und warten, um jemanden zu reiten. Schönen Tag! Schnell! Ja, einfach schnell durch. Hab ich grad nicht so Bock drauf. Können wir nicht mal. Schönen Tag! 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 Schönen Tag dabei! Schönen Tag dabei! Ich biete då an die große Nation Kanada. Schönen Tag! Schönen Tag! Oh, sechönen Tag! Danke! Wir gehen! Sehr schön! Ah, wir sollen also zum Prinzen von Kanada? Kenn ich jetzt persönlich noch nich' Was? 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 Ja, hat was. Was? Ach, oh mein Gott. Hier ist eine Höhle. Kann ich hier... Kann ich anscheinend trotzdem um? Ja, also... Ihr sterbt jetzt. Wow. Das ist für den Hund relativ stark. Ja gut, das ist ein Wolf. Aber er blutet auch. Ich nehme ausnahmsweise bloß den Hammer. Was? Was? Was zum Teufel? Was soll das? Okay. Mit den legen wir uns dann einfach nicht mehr an. Halt so aus Prinzip. Sicher ist sicher. Das habe ich wirklich nur knapp überlebt. Das sollten wir lassen. Aber ich weiß halt auch nicht, wo wir hin müssen. Aber wir können sie noch ausrauben. Okay. Was hat das damit auf sich? Ach, ich kann es nicht so. Was? Was? Wenn wir einfach Freunde machen. Das kriegen wir hin, oder? Oh, das... Ja, jetzt nicht so stark. Aber... Schon stärker als die Wölfe. Aber ich denke, das kriegen wir hin. Da haben wir genug gute Fähigkeiten. Donnerwetter. Jetzt hat hier aber gar nicht so viel ausgemacht. Ekelhaft. Ekelhaft ist das. Die blutet schon dann schön. Ja, mach ich jetzt trotzdem einfach fertig. Butter's Brauliter füllt's glaube ich nicht mehr. Haben wir geschafft. War easy. Haben wir die Quest auch erledigt? Wollen wir in diese Höhle? Wollen wir uns hier überhaupt alles ansehen? Ach, wie niedlich. Schön gemacht. Wollen wir hier einfach mal alles abarbeiten. Die Zeit nehmen wir uns. Vielleicht finden wir ja noch das eine oder andere. Ach, da scheint noch eine Treppe zu sein. Oh, geht leider auch nicht nochmal. Was geht hier? Willkommen in der Shop. Kann ich dich interessieren? Na klar. Mhm. 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 Ach toll. Ich brauche erst Kanadische. Dollar, die ich aber nicht habe. Verkaufen wir hier einfach mal ein bisschen was. Dann können wir uns hier einfach mal was gönnen. Das wollte ich alles behalten. Das können wir noch verkaufen. Die Pfeile brauchen wir auch nicht. Schamare. Was soll jetzt? Die kriegen wir ja auch wieder. Mhm. Mhm. Ja, wir haben da auch inzwischen wirklich ein großes Sammelsurium. Ah ne, also den müssen wir einfach behalten. Der hat großen ideellen Wert. Der bedeutet mir wirklich einfach viel. Ja, den können wir abgeben. Einen Löffel geben wir auch ab. Ha! Und jetzt geht es immer wieder hoch. Das ist trotzdem. Das ist nervig. So, was können wir jetzt hier... Mhm. Mhm. Ja, sehen wir mit. Was bist du hier? Ja. Okay. Ach, hier gibt es eine Bank. Willkommen in der Bank des Kanadens. Oho, amerikanische Geld. Die Köln-Exchange-Rate ist 1. Ah. Na, Puppe. Krass. Willkommen in der Ottawa-Klinik. Wie kann ich mich einladen? Oh, und ich habe kein HIV? Schade. Ich dachte, es wäre jetzt schon so weit. Ach du. Entschuldigung. Ich bin auf der Tat. Mit den Prinzen sprechen ist das beste Teil der Tour. Oder mit den Kandelabren. Depending auf, wo du gehst. Ja. Hallo. 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 Du schliessst die Rade getroffen und dann bekommen ein Passport. Ja. Ich bin der Prinz der Kanada. Und das ist meine liebliche Frau. Wie kann ich dir helfen? Wann ist das so? Hm. Sorry, ich weiß nicht, was er sagt. Ich habe diese Sprache vorhanden, aber ich glaube, sie hat nur in einer bestimmten Pfeil der Kanada gesprochen. Okay. Wir müssen wirklich tief ins Land. Der Herr von Winnipeg. Er kann dir sagen, wo in Kanada sie diese freakschische Norde sprechen. Aber ich bemerke mich. Die Wildnis in Kanada ist mit dire Wolfen. Okay. Du wirst wissen, wo dire Wolfen sind, oder? Sie sind wie Wolfen, aber sie sind dire. Okay. Wie haben die Quests erfüllt? Oh, ich komm hier... Wieso komm ich hier nicht mehr raus? Okay, ich soll mit irgendjemandem reden. Was? Oh. Die Truhe lassen wir natürlich nicht einfach hier. Okay. Die neue Waffe wollte ich auch noch ausrüsten. Ja. Dann rüsten wir uns mal aus, ne? Hätte ich gesagt. Wo ist sie jetzt? Ach, da. Mhm. Mhm. Ja, Frostschaden braucht es nicht unbedingt. Ja, ups. Ups. Nein. Nein. So. Dürfte reichen. Ein paar Warenhandschuhe. Ja. Man muss sich auch mal was gönnen. Mhm. 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 So, hier schauen wir wieder bloß ganz schnell durch. Weil mir das eigentlich egal ist. Ich vergesse jedes Mal hier zu schauen. Das sollten wir nicht außer Acht lassen. Und dann sind unsere Fähigkeiten bald auch sehr weit oben. Mhm. 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 Ich lese das jetzt bloß so im Stehen vor. Oh, hier könnt ihr mitlesen. Mhm. Ja. Ja, cool. Kann ich mehrere? Ja, ich kann mehrere. Mhm, mhm, mhm. Das brauchen wir. Das ist auch sehr schön. Doch, das ist sehr schön. Ja, eine kommt hier wohl noch dazu. Und dann schauen wir hier mal weiter. Also, wir verlassen die Stadt. Und kämpfen gleich mit den Wölfen. Diesmal klein. Nein. Wow. Wow. Nicht cool. Wirklich nicht. Überhaupt gar nicht cool. Ja, du könntest mich hier mal eben kurz ein bisschen heilen. Und dann hier mal ordentlich Radau machen. Ich lass mich hier in Ruhe. Ja. Ich lass mich hier in Ruhe. Ja. Ihr blöden Penner. Tod. Sehr cool. Du kriegst jetzt einen mit dem Hammer übergebraten. Gut. Ich heile Butter... Oh, verdammt. Gut. Aber nach drei Stunden Aufnahme darf das auch mal passieren. Damit würde ich dann für heute auch wieder die Aufnahme beenden. Das heißt, wir haben es für heute geschafft. Und ich freue mich auf das nächste Mal mit euch. Bis dahin. Ciao.